Sehen, fühlen, hören. Bei Kleinfenstertechnik kann der Kunde die Produkte hautnah erleben und so wirklich verstehen. Kunden begeistern und durch beste Qualität überzeugen. Dafür steht das Familienunternehmen seit 1990. Kleinfenstertechnik aus Hennef, das ist der Spezialist für Fenster und Haustüren im Rhein-Sieg-Kreis. Hier treffen traditionelle Werte auf innovative Produkte. Der Kunde steht im Mittelpunkt, kann selbst ausprobieren, was ein wirklich sicheres Fenster ist. Dezibelangaben schön und gut. Besser ist es, mit eigenen Ohren zu hören, was Schallschutz bedeutet. Das gleiche gilt für die Wärmedämmung. Den Unterschied muss man einfach fühlen. Bei uns steht der Kunde an absolut erster Stelle und es ist total wichtig, dass der Kunde die Technik und das Fenster und die Eigenschaften auch selber erfüllt, hören kann und auch vollständig verstehen kann. Klein setzt auf Europas führende Fenstermarke Internorm. Das sind hochwertige Produkte, die mit innovativen Ideen begeistern. Zum Beispiel mit der Hightech-Lüftung, die im Rahmen integriert ist. Lüften bei geschlossenem Fenster. Das Ganze lässt sich natürlich auch per App steuern. Lüftung zu, auf, Sonnenschutz rauf, runter, alles von unterwegs. Auch bei Haustüren setzt Kleinfenstertechnik auf Premiumqualität. Auf Wunsch natürlich mit Hightech. Höchste Anforderungen an Sicherheit werden hier mit faszinierendem Design verbunden. In angenehmer Atmosphäre werden die Wünsche des Kunden nochmals genau besprochen. Farben und Designs werden detailliert vorgestellt. Und wenn der Kunde zufrieden ist, wird bestellt und so schnell wie möglich geliefert. Wenn die Firma klein kommt, bleibt der Schmutz auf den eigens mitgebrachten Fußmatten. Türen und Fenster werden millimetergenau individuell angefertigt und ermöglichen so einen reibungslosen Einbau. Fassaden und Wände werden maximal geschont. Wir hatten vor drei Jahren schon mal die Firma klein und da waren wir sehr zufrieden. Also die Mitarbeiter sind sehr zuvorkommend, sehr nett, sehr sauber arbeiten die und wir können die auf jeden Fall weiterempfehlen. Das war sehr gut alles. Vor Ort löst Kleinfenstertechnik vier Kundenversprechen ein. Termintreue, sorgfältiger Einbau, pflegliche Behandlung, Sauberkeit und natürlich schöne, funktionale Fenster. Da bleibt kein Kundenwunsch offen. Wir wurden bereits zum zweiten Mal mit dem Customer Care Award Deutschlands ausgezeichnet für höchste Kundenzufriedenheit unter allen Internom-Händlern in Deutschland. Dieses hohe Qualitätsniveau lässt sich nur mit topqualifizierten Mitarbeitern umsetzen. Das wichtigste Kapital für Kleinfenstertechnik, die nicht umsonst als einer der attraktivsten Arbeitgeber der Region wahrgenommen werden. Neben Modernisierung bietet Kleinfenstertechnik auch Service und Wartung für Wohnungsbaugesellschaften, Hausverwaltungen und Privatpersonen an. Ersatzteile können schnell beschafft werden. Was nicht verfügbar ist, wird individuell in der hauseigenen Werkstatt gefertigt. Alles unter der Prämisse, was können wir heute ein bisschen besser machen als gestern. Genau das ist 100% Klein. In familiengeführten Unternehmen trifft Tradition auf Innovation, gepaart mit der größtmöglichen Leidenschaft. Damit Kunden nicht einfach zufrieden, sondern begeistert sind. damit sind eine Bedeutung. Damit machen wir heute ein paar Mal. Das ist ein sehr goeатель.